Dad lächelte. Es ist ein kleines Andenken an meine Zeit am Mozart-Internat. Wirklich? Du durftest es behalten? Dads Lächeln wurde verschmitzter. Du hast es gestohlen? fragte Tim ungläubig. Sagen wir besser, längerfristig ausgeliehen, vielleicht könntest du es wieder zurückschmuggeln. Ich habe eine kleine Skizze ins Buch gemacht, wohin es gehört. Fasziniert starrte Tim das Buch an und hätte fast nicht bemerkt, dass die Schwester wieder hereingekommen war. Dein Vater braucht nun seine Ruhe, mahnte sie mit sanfter Strenge. Versprich mir, dass du dorthin gehst, hatte Dad noch gedrängt. Es wird dein Leben verändern. Tim hatte ihn hilflos angelächelt, während er zugleich mit den Tränen gekämpft hatte. Es war sein letzter Besuch gewesen. Nun saß er also hier, im Zug, und hielt Dads Buch fest in den Händen, als wäre es ein Teil von Dad selbst, den er keinesfalls verlieren durfte. Tim schaute aus dem Fenster, nahm aber die Landschaft draußen kaum wahr. Stattdessen sah er Mom vor sich, wie sie allein zurückgeblieben war, zwischen hektischen Reisenden, sperrigen Koffern und herumwuselnden Kindern am Bahnhof St. Pancras. Ein Teil von Tim wäre gerne bei ihr geblieben. Schließlich gab es nur noch Mom und ihn, doch er hatte eine Aufgabe vor sich. Also war er in den Zug gestiegen, der ihn fortbringen sollte. Fort aus der City of London, fort von der Kuppel der St. Paulskirche, die stolz und unnahbar über den Dächern thronte. Schließlich waren auch die grauen Reihenhäuser und Plattenbauten der Vorstädte hinter ihm zurückgeblieben und der Zug war über das weite, offene Land gefahren. Tim war im Eurotunnel unter dem Ärmelkanal hindurchgebraust und zum ersten Mal durch Frankreich gereist. Von Paris hatte er nur den Bahnhof Gardinor beim Umsteigen gesehen.